Also Leute, wir sind als Alk unterwegs. In GTA 5 ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Wir sind ein bisschen stark, kann man sagen, wenn man so gegen die Autos läuft. Ja, dann gehen die mal gerne schon ganz schön kaputt. Ich meine, guck mal hier. Es ist einfach einmal zu beleid. Mäden wollen sie nicht mal langsam mal aussteigen, bestimmt, weil der Typ. Ich helfe ihnen mal ganz kurz. Ich nehme mal ganz kurz den Wagen, nur mit einer Hand, natürlich ohne Probleme. Und dann bleiben die mal auf das andere Auto boot. So, und ich glaube, wir sind das Ganze am Wisch, Leute. Wenn ihr mehr von unten geht ja vor mir sehen, wo ich mich bei einem Like-Button noch mal auf den Haupt-Button. Ich bin jetzt hier erstmal ganz easy unterwegs. Hallo, hallo, wenn wir irgendwie... Was ist das denn für kurze Auto? Da, lassen wir mal ganz kurz aussteigen, hier einmal kurz aus dem Wagen raus. Oh, 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 tut mir leid, so, und rein hier. Hier, oh, okay, war klar, Leute, wir werden aus dem Auto wieder so rausgeploppt, weil wir einfach zu viele Muskeln haben, ne? Ich meine, schau mal an, unser arme Typ hier. Ich glaube, ja, oh, der kommt noch sogar neben dem Kollege. Geht's dir gut? Ich glaube, der hängt ein bisschen mit uns ab, oder? Wenn ich mal sagen, komm, wir werden mal nochmal hier auf den Bauch. Oh, 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 oh. Oh. Eieieieiei. Okay, Freunde, pass mal auf. So, wir haben ein paar Möglichkeiten. Wir können ja einmal ganz kurz, kurz... Oh, einmal in die Hände klatschen. In die Hände klatschen. In die... Oh, 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 mein Gott. Und Huxmash-Boot. Oh, Leute, hier ist Autocad-Bug immer in den Umkreis. Und Polizei. Spart euch das. Hört, hört doch auf. Hört, hört doch auf damit. Ich sag, hört auf. Hört auf damit. Lass es sein jetzt. Aufhören. Hä? Du mit deiner Rakete. Hör auf damit. Ich kann die auch gerne nehmen, wenn du's willst. Du, ja, auch hier. Aha. Brennen wir jetzt. Na, willst du das Feuer so kommen? Ab mit dir ins Feldall. So, Leute. Yeah. Ah, das ist Hulk unterwegs. Okay. Wir haben heute jetzt noch der Hulk gegen den Zug gegen an den Kangen, Leute. Und damit wollen gucken, was passiert, warum diese grüne Leiste auf Volkeraube. Das heißt, wenn Hulk voll in seinem Modus ist. So, hier. Und ein bisschen rumrätschen hier. Zack, zack, zack. Und wir sind gleich auf voller Ladung, Leute. Ich weiß nicht, was wir sagen. Oh. 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 Wir sind im vollen Halbmodus. Wir sind mega aggressiv. Oh. Und. Zack. Na, was wollte ich denn machen? Oh. Wow. Okay, Leute. Eie, 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 eie. Also, das stand uns auf jeden Fall Probleme. Und ich würde mal sagen, ja, wir gehen uns. Mal zu anderen Gewissern. Yeah. Wir sind der Schnellste Hacker auf der Welt. Wirst du uns der Einzige, also, glaube ich, weil die Polizei ist das halt schon irgendwo vor, um gegen uns einen Lösen zu finden. Guckt euch das Auto mal an. Das ist ja komplett kaputt. Aber das Ding ist, wir können auch andere Sachen machen. Ja, Leute. Wie gesagt, wir gehen uns hier auf anderen Gewissern. Wir können nämlich aussehen, ob wir den Rageboost bekommen. Steine werben in der Tommyslim und der Fanta-Klim. Leute. Und jetzt hier. Steine werben. Ja, pass auf. Auf den Wangen da vorne drauf. Uh. Wir haben einfach Steine. Können wir hier wieder aufheben, Leute. Ja, wir können Steine auch wieder aufheben. Haha. Okay. Polizei, wo sind wir jetzt mal? Was sind Steine? Oh, und auf den Wangen drauf. Oh, ho, ho, ho. So, dann waren wir schon wie jetzt das Auto da wegfliegt. Lachen wir mal. Ey. Moment, anhalten. Hier ist nicht mehr erlaubt zu fahren. So, wenn wir ganz kurz einen Steiner werfen. So, vielleicht irgendwer kriegen davon. Jetzt hab keine Ahnung, wer. Waren die auf damit. Der will gar keinen um mich schießen, was wir nicht bringen. Äh, hört doch auf. Hört doch auf. Ich sackt euch auf. Ja, können wir jetzt zum Beispiel ja den Rageboost bekommen von eben. Und dann? Wird halt aggressiv. Ja. Oh, mein Gott. Oh, Gottes Mann. Hä, was wollte ich nicht machen? Haha. Jetzt einfach so ist. Hol mal den Atomic Slam aus. Der Atomic Slam, den wollen wir nicht abbekommen. Aufladung Bart. Oh, die haben alle. Guck mal, alle wurden gestunt jetzt. Sag, Leute. Auf die Bullerei rauf, ne? Was ist los bei dir? Ich schieße immer noch mal direkt hier noch mich. So, auf ihr Netz. Hört auf damit. Bats. Das ist aber ein schöner KW. Natürlich blöd, wenn er ein bisschen rausrasten würde. Haha. Ja, Mr. Bus. Oh, scheiße. Eben ganz kurz. Und mit dem Bruder spüren nochmal die Luft und werfen die dabei. Oh. Wow. Und der Bus ist einfach hier gelandet. Alter Schwede. Oh mein Gott, okay. Okay. Dann glaube ich andere Sachen. Können wir ein bisschen Steine werfen. Das ist schon mal probiert. Leute. Das wird ja noch, dass wir ganz folgt zusammen machen können. Mit den einzelnen Leuten. Ja. Leider muss die Arme Lady jetzt dran glauben. Ähm. Der Zug, der ist schon so lange unaufhaltbar. Ich denke mal, dieser Hulk hier. Der so hoch springen kann, ja. Und da, oh, jetzt aber. Ja, nein. Aha. Zug. So ein Ding ist das. Also, pass auf. Jetzt mal kurz probieren. Haben wir den Zug zu stoppen mit einem Stein, Leute. Genau. Mit einem Stein. Also einmal ganz kurz ein bisschen Speed aufbauen, dass wir ein bisschen nach den Türen gehen können. Und dann variiert einen schönen Stein. Und den, Leute, werden wir jetzt genau gegen den Zug. So. Und auf den Zug damit. Und, oh, das hat aber nicht gestoppt, Leute. Das hat den Zug leider nicht gestoppt. Na gut. Nehmen wir hier ein Polizei-Auto. Vielleicht wird Polizei-Auto den Zug stoppen. Und gegenwerfen. Ey. So. Auto nehmen. Sprinten. Und gegen den Zug gegenwerfen. Oh. Ne. Also das Auto geht zwar kaputt, muss man sagen. Das wird natürlich nicht lange überleben. Aber der Zug wird immer noch nicht aufgehalten. Jetzt werden wir hier mit Vollsprint, äh, ein bisschen hier einen Moment aufbauen. Und dann, Leute, wir machen das mal hier. Und da den Fanta-Club. Ja. Wir werden ihn vielleicht aufbauen. Dann wird es vielleicht gegen den Zug klappen. So, Leute. Und jetzt aufbauen und klatschen. Aber es hat nicht funktioniert. Vielleicht noch nicht los. Aber wir waren noch nicht nah genug. Und mal sagen. Wir suchen jetzt mal ganz kurz. Hier nochmal den Rage-Boost, Leute. Und zwar stellen uns neben den Zug. Aktivieren dann den Rage-Boost. Das wäre ausrast. So, vielleicht wird der Zug wirklich angehalten. So, also. Jetzt, Leute. Werden, äh, aggressiv. Wow. Es ist auf jeden Fall einiges angehen in den Balkons. Und wir auch... Werden es gedacht? Einfach mal gegenlaufen. Was, Leute? Wir müssen einfach gegenlaufen. Also, wir sind so heftig am Start. Da müssen wir nur gegenlaufen müssen. Okay. So, Polizei. Hier. Nimm den Zug. Haha. Richtiger Strike, Leute. So, hier. Na, was wollt ihr von mir? Hm? Was wollt ihr? Ich könnte jetzt mal ein bisschen... Komm. Wir volldoppeln dich mal hier. Zage deine Frau dir zwei von dir. Machst du extra Schuss. So, hier, Leute. Wuuuuh. Rasteln wir aus. Ja, hahaha. Was ist jetzt los, Leute? Oh. Was die Polizei hat in den Atmen. Oh. Au. Wow. Ey. Die Polizei hat einfach den eigenen Halk. Ey. Waaah. Waaah. Aua. Und, ach. Ey, lass mich gar nicht aufstehen. Er lässt... Oh, mein Gott. Der ist viel besser als ich. So, warte mal. Pass auf. Wo bist du, hä? Da bist du. Mr. Halk. Den nehmen wir nur jetzt mal. Ah. Okay. Ist genau jetzt zu stark wie ich, Leute. Wir wollen eine andere Attacke. Wir wollen jetzt den Atomic Slam. Ah. Oh. Ah. Okay. Erste Attacke ist gekommen. Auf ihn. Auf ihn hauen. Batz. Brrrt. Jetzt, Leute. Oh. Der ist genauso gut wie ich. So, jetzt Atte. Ah. Hilfe. Wirf Steine auf mich. Aua. Oh, mein Gott. Warum ist das so gut, Leute? Schnell weg. Aua. Schnell weg. Ah. Der wird Steine auf mich. Die treiben sogar alle. Er ist so gut. Ha. Ha. Au. 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 Kann ich auch, hä? Ja. Das kann ich auch. Boots. 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 Und jetzt. so Spaß, Hulk zu sein, ne? Na ja, dann alle zerrnichten können. So, ich will nur mal sagen, hier der Zug. Oh! Dann werden wir nochmal aufgehalten. Obwohl, ja, jetzt, der Waggon, guck mal, wer der wirklich liegt. Oh mein Gott, Leute, der ganze...